fünftes kapitel herr meyer sah aus wie friedrich hase als richard der dritte man fuhr nach basel herr meyer sah aus als sei er herr meyer verantwortlich für diese partie man fuhr zu herrn schnepfe nach basel und dieser herr meyer sah aus als seis eine fahrt nach dem feuerland sehen sie mal herr meyer sagte flametti ich kenne doch schnepfes lokal keine sorge wochentags leer aber sonntags brillant und jetzt zur meßzeit mit unseren schlagern das wichtigste ist man muß ihm den schneid abkaufen dem schnepfe von vornherein gar nicht aufkommen lassen so und so sieht es aus bei uns das und das brauchen wir großes lokal bei den schnepfes prachtvolle zimmer guter kontrakt aber herr meyer schien seine bedenken zu haben er hörte kaum zu rauchte ne zigarette und spuckte wegwerfend durchs fenster sehen sie mal sagte flametti und tippte die asche weltmännisch auf die vorbeisausende landschaft wir haben die indianer den harem den friedhofsdieb den mann mit der riesenschnauze die nixen die ausbrechernummer er zählte das alles an den fingern her die indianer warf herr meyer ein na ja die indianer wieso die indianer na ich meine frau die soubrette und rosa schöne indianer meinte herr meyer ihm konnt es ja recht sein was wollen sie meinte flametti genügt das nicht er wurde heftig jawohl werde mir fünf soubretten engagieren zehn lehrmädel dazu feine stadt basel rief jenny mit erhobenem zeigefinger und entnahm ihrer handtasche zwei schinkenbrote geld max auf die mess gehen wir und die kavaliere bringen uns leckerli in basel gibt's doch die leckerli erklärte sie fräulein laura die ebenfalls skeptisch schien solchene tüten bringen sie an sie zeigte eine tütengröße von reichlich einem halben meter und einen zoologischen garten gibt es wildschweine strauße giraffen feine stadt fräulein laura schien ganz ohr nervös sah sie von flametti zu meyer von meyer zu jenny der herr meyer meint das repertoire reiche nicht aus lächelte max zu jenny nimm ein schinkenbrot max herr meyer spuckte wegwerfend und finster und jenny fühlte sich verpflichtet deutlichere begriffe zu geben von dieser gesegneten stadt und der rhein ist da sagte sie kauend im hübsch ansitzenden reisekleid und die polizei ist sehr streng papiere und heimatschein da darf nicht das tüpfel fehlen wenn dort eine auf der straße geht zwei tage schon ist sie weg stoßhaft belustigt spuckte herr meyer doch seine skepsis war abgründig finster jeder versuch ihn aufzuhellen schien vergebens und fräulein laura zuckte nervös mit den augenlidern sie schien sich gar nicht zurechtzufinden engel langte die sachen herunter aus dem gepäcknetz bobby sah nach der uhr und griff die plakate rosa bemühte sich um den käfig der turteltauben ist's schon soweit fragte jenny erstaunt und steckte ihr schinkenbrot halb in den mund halb in die reisetasche basel bestätigte flametti ah das ist recht rief frau schnepfe als das ensemble eintrat das ist recht und drehte an ihrem ehering guten tag guten tag guten tag guten tag und gab jedem einzelnen die hand salü grüßte flametti da sind wir und blieb mit reisetasche und regenschirm ostentativ inmitten der wirtsstube stehen als wolle er sagen jetzt geht der kontrakt an jetzt habt ihr zu sorgen für uns frau schnepfe bekam einen gelinden schreck und die soubrette als stimmungsmacherin angezeigt nahm sogleich einen stuhl ganz erschöpft von influenza stützte den kopf auf und begann einzuschlafen wo ist der beitzer fragte flametti forsch fritz rief frau schnepfe in irgendein kellerloch da sind sie komm mal rauf die artisten sind da und engel und bobby stapelten das gepäck auf schleppten den großen koffer herein da kam auch herr schnepfe zum vorschein blinzelnd und etwas verrust von der kellerarbeit salü max grüßte er mit salopp geschwungener schneidigkeit und blödem gesichtsausdruck er trug eine schnurrbartbinde war klein von gestalt und es fehlte der kragenknopf salü fritz grüßte flametti souverän und stellte den handkoffer ab herr schnepfe sah aus als sei ihm nicht wisslich um was es sich handle das ist die frau stellte flametti vor das ist die soubrette das der pianist das die rosa das der engel und das unser herr bobby früh auf den beinen meinte herr schnepfe schweinskopf mit senf porträtierte engel indem er den koffer zum anderen gepäck hinschob alles parat fragte flametti militärisch alles parat rapportierte herr schnepfe die hand an der hosennaht den scheitel hatte er sich mit wasser und mit pomade zurecht geplätscht doch sträubten sich seine borsten wo sind denn die zwei andern fräulein erkundigte sich frau schnepfe freundlich und süß kommt er satt tröstete flametti und hing nun auch seine schirme auf na dann zeig mal die zimmer gebot herr schnepfe und zog sich mit einem kommissartigen ruck die kellerschürze über den kopf wollte nicht erst einen kaffee trinken o das war eine freundliche frau schnepfe o die war nett o ja nickte jenny mit ihrem süßesten lächeln und gab der frau schnepfe das reisepläde die gab's einer kellnerin weiter flametti nahm rosa die tauben ab hing seinen hut an den haken und nahm seine philos heraus die kellnerin brachte helles herr schnepfe hantierte am bierhahn gab seine befehle jenny ging mit frau schnepfe die wohnung besehen und man war angekommen nachmittags ging man zur polizei von wegen der anmeldung die stadt war grau hohe häuser elektrische straßenbahnen regenwetter und nebel das polizeihaus war ein efeu umwachsener burgähnlicher bau der weg hinauf führte vorbei am gefängnis ein sträfling sah mit verwildertem kasperlgesicht durchs eisengitter herab auf die straße schweigend ging man vorbei gedrückt wie katholiken vorübergehen am kreuz man nimmt seinen hut ab der rückweg führte vorbei an der messe das elektrische karussell war in vollem betrieb eine blaugestrichene karosse kam zitternd und rasselnd in majestätischer fahrt aus dem tunnel an der stirnseite des wagens prangte ein seeweibchen bruststück das schlug die rot waren die backen weiß ihre brüste gelackt stolz flog sie dahin und zog einen ganzen schwarm hochfarbig lackierter wagen aus dem tunnel die dampfpfeife schrillte herrn schnepfes varieté lokal war unschwer zu finden wenn man öfters den weg machte fand man es spielend bei einem großen bankhaus schwenkte man ab nach rechts in die vorstadt vor dem haus stand ein brunnen mit großem bassin voll grasgrünen wassers darüber der heilige bartholomäus aus steingehauen mit segnenden händen an den fenstern hingen flamettis plakate in der straße am abend schaukelte blau eine bogenlampe die zimmer waren ein wenig kalt und schreckend im ersten moment matscheiben und die gekalkten wände erinnerten barsch an krankenbaracken in einem gefängnisbau doch waren sie teilweise hübsch mit öfen versehen und geräumig ebenso wie das konzertlokal zwei ineinandergehende kammern gleich übern wirtslokal bekamen flametti und seine frau nebst rosa eine kammer im dritten stock die herren engel und bobby ein dienstmädchenzimmer im seitenflügel herr meyer und fräulein laura sagen sie nur meinte frau schnepfe zu jenny warum haben sie nur die zwei netten fräulein nicht mitgebracht ach frau schnepfe winkte jenny ab sie haben ja keine ahnung was in unserem beruf alles vorkommt die eine hab ich entlassen müssen schlimme geschichten die andere hat man mir abgenommen abgenommen ja denken sie sich die mutter kam mir ins haus und sagte sie dulde nicht länger daß ihre tochter artistin ist wegen der kells was sie nicht sagen die vorstellungen waren nicht gut besucht trotz pomphafter vorreklame ein dutzend leute saßen wohl in den ecken aber sie jasten und ließen sich weiter nicht stören keine hand rührte sich wenn eine nummer zu ende war keine mine verzog sich man muß sich einleben meinte flametti es muß sich herumsprechen was wir zu bieten haben nur keine sorge kommt schon herr meyer mußte sich jedenfalls bald überzeugen daß die indianer auch ohne güssi und traute gingen sehen sie sagte flametti basel ist eine ernste stadt religiös das vornehme bürgertum klatscht nicht gern lassen sie uns etwas ernstes bringen den friedhofstieb und wir haben ein volles haus also bekam engel die rolle der zeugin emilie schmidt im friedhofstieb was frau häsli früher zu spielen hatte und lief tagsüber unglücklich zwischen den tischen und stühlen umher und rang mit dem ausdruck herr meyer aber blieb skeptisch auch die wirtsleute gefielen ihm nicht ihm war nicht entgangen daß herr schnepfe auf seinem glasdach einen wurf junger wolfshunde aufzog die heulten dort nächtlich herum wenn die ratten über das dach wegstoben eine innige antipathie empfand herr meyer gegen herr schnepfe auch diese frau frau schnepfe gefiel ihm nicht ihr gedrehtes wesen belästigte ihn herr meyer war ein poet wie sollte das publikum zutrauen fassen wenn die blutleckenden wolfshundbestien mit ihren hängeschwänzen das haus durchstrichen und jedermann an den waden schnupperten wenn die gedrehte frau schnepfe auf ihre gedrehte art guten morgen sagte und einem die hand gab geziert religiös wie nonnen sich in der kirche an fingerspitzen das weihwasser reichen flametti aber versuchte es analytisch was ist blödsinn philosophierte er in dem mann mit der riesenschnauze blödsinn ist wenn das kind keinen kopf hat blödsinn ist aller jammer der welt blödsinn ist die enttäuschung der seele die quintessenz der melancholie blödsinn ist überhaupt ein blödsinn das war herrn meyer so recht aus der seele gesprochen das löste seine komplexe doch auch erkenntnis vermochte die basler nicht aufzuheitern mit ringförmigen fischaugen saßen sie da tranken ihr bier aus zahlten und gingen die soubrette hatte ein wenig erfolg das ganze schien hoffnungslos alles nichts sagte jenny wir müssen artisten haben und eines tags bei tisch verkündete sie dem erregten ensemble neue artisten kommen vornehme artisten kinder da müßt ihr euch fein benehmen zwei tage später war's auch schon da die tür ging auf ankamen die neuen artisten herr leporello und lydia herr leporello und lotte herr leporello und raffaela nebst vielem gepäck darunter auch eisenstangen das war ein getue das war ein geschmatze das war die lauterste seligkeit lotteli hinten lotteli vorne gut daß ihr da seid trinkst du helles lepo wollt ihr einen kaffee trinken wie geht es der mutter und was dergleichen begrüßungsformalitäten mehr sind sogar herr meyer taute jetzt auf leben und lebensart kamen ins haus die reserviertheitschnepfes verfing nicht mehr und diese nummern drahtseilakt und spitzentanz matschisch und drehbarer unterleib ein wirklicher zuwachs akquisition das ließ sich hören auch die neuen artisten wurden untergebracht zimmer nummero sechs und sieben engel und bobby beschäftigten sich mit dem neuen gepäck und den eisenstangen herr leporello gab anweisungen und man begab sich zur polizei eine stunde später schon waren für raffaelas drahtseilakt im parkett quer von der bühne die stützen befestigt die zeitungsannonce war aufgegeben und der erfolg war freundlichst gebeten sich einzufinden kam auch gleich der erste abend gab einen hohen begriff von den fähigkeiten der neuen artisten die kostüme waren zwar etwas zerknittert sie hatten zu lange im korb gelegen und von frau schnepfe war kein bügeleisen zu erhalten auch missglückte herr leporellos drehbarer unterleib weil lepo zu mittag infolge der langen bahnfahrt zu viel gegessen hatte aber raffaelas matschisch auf dem hohen seil mit japanischem schirm und im himbertekot teufel hatte das frauenzimmer schenkel ermunterte selbst die grießgrämigen basler und als fräulein lydia tschardas tanzte verflucht noch einmal sie schlug auf das tambourin und ging mit pferdhaftem posterior stampfend und tänzelnd gegen die grätschende schwester los da gab es auch bei den baslern keine bedenken mehr laut und vernehmlich klatschten sie am nächsten abend gab es schon ehrengäste herr bumms die lerche der komikerkönig und fräulein nandl das wunder der tätowierung welch letztere im haus des herrn schnepfe auch wohnte der guten adresse wegen in den nächsten tagen brachte raffaela als neuheit ihren spitzentanz immer auf den fußspitzen nach der melodie frühling ist's die blumen blühen wieder süß berauschend duftet jetzt der flieder immer auf den fußspitzen die pointen markiert durch ein hochschnellen des körpers die arme mit grazienhaft hinauf und hinuntergebogenen handflächen ausgebreitet immer so alle vögel jauchzen jubeln sie hingen die natur scheint neu sich zu verjühingen und herr leporello wenn er eklatante beweise seiner trommlerischen begabung bei der begleitmusik abgelegt hatte produzierte sein teufelskabinett bei dem er unter zischen und pfeifen auf einer sirene mit zusammengelegten gliedern durch einen schornstein aus papkarton den lydia festhielt borstig herniederfuhr wenn aber herr leporello sonntags seinen komischen teufelsakt brachte er erschien dann als eine infernalische klatschbase im korsett einen kamm in der perücke das hemd hing ihm hinten heraus und der rock aus sackleinwand mit roten litzen benäht war ihm zu kurz dann spielte sich in seinen minen eine so diabolische einfältigkeit ab dass der kontrast zwischen seinen gespreizten zirkusposen und dem dargestellten objekt die zuschauer zu hellem grinsen entflammte was wunder wenn das geschäft sich hob wenn die zirkusleute mehr und mehr in den vordergrund traten auch bei der direktion ein feldwebel von der st gotthard festung kam als konzertbesucher er hatte urlaub die frau war gestorben was der mann alles spendierte sogar leckerli brachte er mit die ersten die man bei schnäpfes zu sehen bekam auch zum zoologischen garten ging man jetzt und zur messe und zwar teilte sich hier das ensemble die zirkusleute gingen mit jenny zum zoo die anderen mit flametti zur mess der basler zoologische garten scheint nicht so üppig bestückt zu sein wie hagenbecks tierpark zu hamburg auch nicht so künstlerisch interessant orangiert wie etwa die kunstgewerbliche menagerie zu münchen wenigstens wußte der zoologisch interessierte teil der vergnügungspartie nur unbedeutendes zu berichten jenny war aufgefallen daß die strauße im basler zoo echte straußfedern trugen lydia klagte die papageien hätten erbärmlich geschrien die ohren gelten ihr jetzt noch davon man solle den viechern die hälse abschneiden statt ihnen die bälge mit brot vollzustopfen nur raffaella schien einen stärkeren eindruck gerettet zu haben kinder der elefant schlug sie die hände zusammen und konnte sich gar nicht genug tun so etwas schamloses gibt es nicht mehr giraffen hatten sie nicht gesehen auch keine wildschweine einige affen doch das war alles die messe war interessanter wer mit flametti ging fand keine enttäuschung erst im panoptikum der feuerkessel von da platzten die bomben da staunte das volk da streckten die toten poilü die beine zum himmel wie niedergeknallt auf der hasenjagd dann auf der rutschbahn zwei karossen hintereinander in der ersten flametti und fräulein laura in der zweiten herr engel und meier wie flog man dahin wie flog man daher dann beim jägersalon schießen sie mal junger herr und herr engel schoß auf den trommler und traf ihn mitten in die visage der rasselte los aber unentgeltlich man war ja artist es war eine freude zu leben ende von abschnitt zwölf gelesen von eva k abschnitt 13 von flametti von hugo ball diese librivox aufnahme ist in der public domain fünftes kapitel 2 mittlerweile war es nun winter geworden ganz unvermerkt über nacht und man war gezwungen sich enger zusammenzuschließen da gab es lange gesichter jenny wir haben ja gar keinen ofen reklamierten lydia und raffaella zugleich ist doch nicht kalt tröstete jenny je seid ihr verfroren aber es waren fünf grad unter null eine klappernde kälte meinte herr leporello in komischem baß mit hervortretenden augen und stellte sich vor den ofen im wirtslokal sie leporello in mesopotamien krieg verkündete bobby der eifrig die zeitung studierte heik ja immer je sagt in mesopotamien fang se auch noch an jenny rief raffaella ins wirtslokal schnatternd vor kälte und tief beleidigt das geht so nicht ich muß einen ofen haben wo soll ich denn hin mit dem kind ich kann mir den ofen doch nicht aus der haut schneiden meinte jenny im blauen schlafrock am ofen hier ist es doch warm bleibt doch hier unten im wirtslokal das tat man denn auch raffaella lydia lotte und lepo blieben im wirtslokal lepo las seine kriegsberichte von morgens bis abends lotte machte die hosen nass lydia und raffaella schlappten einher in den schlafröcken und beschimpften einander abends aber während der vorstellung saßen die fünf damen aufgeputzt um herrn schnepfes dauerbrandofen wie papageien auf einem eisenring um den dompteur kinder nein ist das eine kälte zitterte lydia mit erfrorener nase und zog ein gesicht als sei sie hereingefallen und komme erst jetzt allmählich dahinter und zu der soubrette ihr habt es gut ihr habt einen ofen und alle bebten und pressten die schenkel zusammen menschenskind tanzte engel näher heran und rieb sich verbindlich die hände ist doch keine kälte fünf grad hättest vergangenen winter dabei sein sollen und hob sich fast in die luft so betrieb er mit beiden armen gymnastische packung hauptsache ist man kriegt was warmes in magen nun daran fehlte es nicht herr schnepfe ließ sich nicht lumpen der kaffee zum frühstück ließ zwar manches zu wünschen übrig die blechkanne in der er serviert wurde mochte innen ein wenig verrostet sein die damen erbrachen sich wenn sie getrunken hatten das konnte jedoch wie herr schnepfe auf reklamation hin bemerkte auch andere ursachen haben das mittagessen war einfach tipptopp sauerkraut würstel und pähkartoffel gulaschbohnen und rösti hackfleischerbsen und rettichsalat jennymama kochte besser gewiß aber man war nun einmal in der fremde da war es wie die verhältnisse lagen das beste den magen zu heizen ist sagte laura zu meyer wer weiß wann man wieder was kriegt eine kleine rivalität brach aus zwischen den zirkusartisten und dem übrigen teil des ensembles dem bruch wie die zirkusleute alle kollegen nannten die nicht von kindesbeinen auf beim metier waren die zirkusleute pochten auf ihre familie herkunft tradition sie waren exklusiv und sahen den bruch verächtlich an herr leporello etwa den kleinen bobby beide waren sie kontorsionisten bobby arbeitete rückwärts war also schlangenmensch herr leporello arbeitete vorwärts war also froschmensch herr leporello hatte die komplizierten balancen den dehnbaren unterleib bobby hatte den besseren handstand das biegsamere rückgrat aber herr leporello estimierte ihn nicht herr leporello war ausschließlich artist bobby ging im nebenberuf zeitweilig auf heizerfahrt oder miß raffaella den engel sie verlangte von ihm daß er einkäufe für sie besorge sie glaubte der bühnenmeister sei hier auch stiefelputzer aber engel lehnte es ab kommissionen zu machen hab keine zeit hab zu studieren bin selber artist und flametti bestätigte das indem er menteur auf engels papier durchstrich und artist darüber schrieb zwei parteien bildeten sich die partei der zirkusartisten mit jenny die bruch und apachenpartei mit flametti flametti waren die zirkus damen zuwider sie hänselten ihn er fand sie verdorben aufdringlich utriert sein herz war bei der anderen partei den gestrandeten den gelegenheitskönnern den kindern gottes auch meier und fräulein laura waren nur her verschlagen ins varieté und doch alle hochachtung äußerlich aber tat sich die rivalität in folgendem kund die zirkusleute brachten das geld die bruchleute hatten den ofen die zirkusleute lagen den ganzen tag in flamettis geheizter stube herum oder im wirtslokal wo das glasdach tropfte die ratten liefen die windeln rochen sie schürten und hetzten sie glaubten wieder verdienst schlecht weggekommen zu sein die bruchleute schlossen sich täglich enger zusammen im zimmer des pianisten wo zwar die ungefegte briketttasche mumien aus ihnen machte wo aber der ofen glühte fräulein laura wusch der männer gemeinsamen kragen bobby's eidechsenkostüm hing glitzernd über der wäscheleine man saß auf herrn meyers entgleist im rohrplattenkoffer und sang schnadehüpfel zur laute man richtete engel ein bett her am ofen damit er geborgen war wenn die malaria ihn überfiel und engel erzählte mit traurig schluckender stimme von gudrun der baronesse die ihn geliebt als er noch forstelewe in deutschland war beim grafen von reifenstein das exil dieser tage erhielt eine abwechslung dadurch dass es plötzlich noch kälter wurde es war jetzt so kalt dass es wirklich nicht anging länger zu singen die luft ist lau die täler prangen lenzesgrün wie es in jenem begrüßungsmarsch hieß den man im krokodil vor rosenlauben gesungen die damen rieben sich auf der bühne ganz unverhohlen die hände vor frost und wenn der marsch auch ein heißblütiges tempo hatte die worte konnten jetzt nicht mehr an gegen den raureif der wirklichkeit die varieté besucher totengräber kirchendiener leichenbitter und mädchenjäger saßen mit zapfen schnurrbärten wenn sie zufällig in die peripherie des saales gerieten in die nähe eines der großen fenster auch der spitzentanz raffaelas verfing nicht mehr vergebens suchte sie mittels duftigkeit sinnenrausch und beschwingtheit der schritte die illusion eines maientages aufrecht zu halten ihr odem wehte wie höhenrausch ihre nase karfunkelte man stellte wohl in die damengarderobe einen petroleumofen aber das war wie ein zündholz im eisschrank es ging nun auch nicht mehr an daß der fetter flamettis herr graumann länger mit einem pappkarton die gebirgsbewohner der schweiz fotografierte so traf dieser herr herr graumann fetter flamettis eines tages bei herrn schnepfe ein just in dem augenblick als die generalprobe zum friedhofstieb stattfand sehr erstaunt war herr graumann seinen fetter flametti in einem langen schwarzen talar zu erblicken als richter vor einem stoß aktenmappen eine kleine zierliche knabengestalt dem richterstuhl gegenüber schien prozessiert zu werden es handelte sich um einen friedhof und einen topf der gestohlen war blumentopf auf der mitte der bühne stand eine vornehme dame wohl eine baronin mit blicken die halb auf den richter halb auf den knaben gerichtet waren neben ihr krausköpfig ein schmächtiger herr der als zeuge emil schmidt figurierte und offenbar seine rolle noch nicht vollkommen beherrschte er stammelte stotterte war in der größten verlegenheit herr graumann trat näher ein wenig verschüchtert von solch künstlicher atmosphäre und legte die hand vor augen die szene prüfend auf ihren fotografischen gehalt von vorn schrie flametti und es wiederholte sich der auftritt zeuge emil schmidt friedhofstieb und jener krausköpfige herr kam mit dem knaben durch die kulisse herein zitternd und bebend so dass man ihn selbst für den delinquenten hielt er legte mit irren augen die hand auf die schulter des knaben und sprach man immer ruhig mein liebes kind die wahrheit darf immer man sagen dann kann man die strafe wie sie auch sei mit leichterem herzen ertragen sprich frisch von der leber weg engel hustete heftig das war nicht verwunderlich denn hinter der bühne zog es abscheulich flametti aber war wie ein stier vor dem roten tuch diesem husten gegenüber lass das husten sein schrie er und rüttelte seinen amtstisch oder ich werfe dir die glocke vor den kopf eine glocke gab es auch auf dem amtstisch konstatierte herr graumann und engel hustete kurz noch zu ende räusperte sich und fuhr fort sprich frisch von der leber weg und was zur tat dich getrieben ein richter ist streng nach gebühr wenn es muss flametti ist das ein vers ein richter ist streng wenn sich's gebührt berichtigte engel zitternd vor ergriffenheit doch weiß er auch nach sich zu üben gut sagte flametti weiter und er selbst wandte sich an den knaben tritt näher mein sohn und habe nicht scheu vor schreckender tracht und gebahren und so du begangen hast was es auch sei hier kannst du es offenbaren tritt näher und sprich vielleicht daß alsdann ein mildernder umstand dir etwas luft schaffen kann und flametti begleitete seinen letzten satz mit einer erleichternden bewegung beider hände von der magengegend aufsteigend gegen den brustkorb herr graumann fand diese gerichtssitzung ein wenig romantisch wenn auch nicht fremd hörbar lächelte er wer ist da im publikum brüllte flametti die hand vor den augen und ärgerlich über die neue störung hallo flametti rief herr graumann hinauf und flametti ja menschenskind wo kommst denn du her die glocke stellte er hin und sprang im richterthalar herunter über die rampe direkt vom tessin da war die probe vertagt die probe war aus und engel atmete auf herr graumann blieb als flamettis gast drei tage zur großen freude des ganzen ensembles das er photographierte in allen möglichen und unmöglichen posen immer mit dem pappkarton den er mit schwarzem tuch überzogen hatte und mit dem er furchtbar penibel war die bilder versprach er später zu schicken herr graumann war ein original ein wenig glich er dem wurzelsepp aus der bayerischen bauernkomödie die ganze schweiz bereiste er als fotograf mit dem pappkarton in die entlegensten dörfer kam er und immer zu fuß auch aus dem tessin war er zu fuß gekommen wind wetter eis und schnee vermochten ihm wenig anzuhaben es war sein beruf zu wandern die geschäfte brachten es mit sich was wußte herr graumann für treffliche schnurren zu erzählen manch ernsthaftes abenteuer und rencontre mit der polizei unter plattenreißern war er der jokerste herr graumann rief raffaella taktlos wie riechen sie schön nach den kräutern und schöpfte mit der hand von herrn graumanns luft ist wohl farnkraut und lydia sagen sie graumann tragen die wanzen auch fahnenstangen wenn sie versammlung haben und fred sieh graumann wie macht man das graumannol denn herr graumann hatte in knappen zeiten ein mittel erfunden gegen insektenstich man nehme sprach er urin und brombeersäure füge dazu ein fünftel salzwasser das durch die kiemen von klipfisch ging schüttle das ganze reißend waren sie abgegangen die dreißig flaschen von je einem halben liter a zwei franken fünfzig die er an einem sonnigen mittag in musestunden verfertigt hatte am ufer des lago maggiore und die den vergleich aushielten mit jedem salmiakpräparat herr graumann nahm eine prise reichlich mit glas untermischt damit es die schleimhäute redlich beize und raffaella und lydia drangen ihn sie zu fotografieren zusammen mit lotteli das war nun nicht leicht weil lotte sich fürchtete vor dem zerfederten eulengesicht des herrn graumann aber es ging ein halbes dutzend visit ein halbes dutzend kabinett und herr graumann griff nach stativ und kasten und sagte bitte den kopf etwas schief bitte die hand etwas höher bitte etwas freundlicher sonst kann ich's nicht machen und schrieb die bestellung in sein notizbuch und nahm eine lächerlich kleine anzahlung dann musste er weiter kinder rief raffaella das wird ein vergnügen der mama schicke ich eins eins meinem männe ins feld eins dem faroli doch als herr graumann gegangen war kehrte die alte langeweile wieder herr engel um eine diversion zu haben feierte den namenstag seiner tante indem er in fremden lokalen für eigene rechnung ausbrach und sich entfesselte herr schnepfe unterhielt sich mit seiner frau über tunis allwo frau schnepfe köchin gewesen war schnepfe konnte das gar nicht für wahr annehmen hotelköchinnen in tunis nach seiner herrn schnepfes unmaßgeblicher ansicht waren hotels nicht angebracht in einer himmelsregion wo haarige bestien meckernd über die wüste strichen wo totengerippe und schädel die wege markierten frauenzimmer hatten dort nichts zu suchen und da man allgemach nicht mehr ausgehen konnte die kälte riß einem die ohren vom kopfe so suchte sich jeder zu haus nach neigung und temperament die zeit zu vertreiben bobby unternahm umfassende korrespondenzen zwecks wiederherstellung vernachlässigter finanzieller beziehungen seine mußestunden widmete er der pflege der kleinen lotte schnäuzte sie tränkte sie legte sie trocken engel gab herrn meyer sachdienliche tipps für ein apachenstück das meyer zu ehren flamettis entwarf und versenkte sich in das studium medizinischer schriften aus des herrn meyer handbibliothek auch schrieb er die sätze druckfertig ab die sich aus dieses meyer strotzender feder wölbten jenny und rosa ein stockwerk tiefer schneiderten orangefarbene matrosenkostüme für ein neues ensemble die commis voyageösen herr leporello parterre hatte vertragte politische disputationen mit einem vierzigjährigen zelotischen schriftsetzer der selbstverfaßte revolutionäre verse voller ästhetischen klangs jeden nachmittag eher zur arbeit ging eine viertelstunde lang zielbewußt rezitierte weniger friedlich beschäftigten sich die damen raffaela und lydia solange noch aussicht war auf einladungen und unterhaltung auf kavaliere und konditorei ging es an solange waren sie guter laune und üppig da ihnen haushalt und belletristik nicht lagen gaben sie selbtritt der kleinen lotte französischen unterricht lotteli sag bonjour kreischte raffaela lotteli sag grabenmutter ärgerte sich lydia und gab raffaela einen stoß lotteli sag voulez-vous coucher avec moi stichelte raffaela und schoss den vogel ab gib das kind her halt doch deinen mund entrüstete sich lydia ich würde mich schämen was die dem kind beibringt diesem unschuldigen seelchen gib das kind her du fetzen und sie zerrten das schreiende lotteli hin und her dass lotteli selbst nicht mehr wusste wer da die mutter war am abend indes bei der vorstellung waren mutter und tante längst wieder versöhnt übermütig und ausgelassen stocherten sie wenn bobby seinen bogen schlug mit den angelruten der nixen durch die kulissenwand nach bobby's bäuchlein und knäbischer druse in der garderobe kneipten sie mit den lockenscheren die sanftmütige rosa das diese halb ausgezogen und mit beiden händen den wertvollen busen schützend laut kreischend bis auf die bühne rannte als aber die kavaliere ausblieben und sich auch sonst nichts regte wandte sich auch bei ihnen das temperament mehr nach innen das bißchen vorstellung die paar tänze der schnack das alles resorbierte sie nicht der zirkus beschäftigt mehr fordert mehr kraftaufwand bietet indes auch mehr sensation und belustigung sie vermißten die nötige reibung den zug den elan die verpflanzung bekam ihnen nicht die stille reizte sie auf als man am mittagstisch saß kamen zwei briefe an einer für lydia einer für raffaella ein brief von meiner mama rief lydia riß das halbe tischtuch mit als sie aufsprang und las gierig mit langem gesicht ein brief von meinem geliebten manne schrie raffaella und tanzte den brief in der luft mit küssen bedeckend auf den filzpantoffeln leporello neugierig brachte seinen kaumechanismus ins stocken was schreibt sie denn fragte er und schnitt auf dem holztisch sein brot ach unsere liebe mama das ist eine gute mutter schmachtete lydia meine lieben kinder seid ja rechtartig und zankt euch nicht ach mach nicht so n getöse rief raffaella du mit deinem geschmachte als wenn es nur deine mutter wäre meine mutter ist's ebenso gut an mich ist der brief adressiert weil du beständig den hader bringst ich kreischte lydia durchschaut unverschämte person und schon lagen sie sich in den haaren die briefe von mutter und gatte vermischten sich unter dem tisch lotteli die soeben noch munter mit ihrem zinnlöffel den tisch bearbeitet hatte ließ ab von dieser beschäftigung und suchte mit einem resolut angesetzten heulenden die aufmerksamkeit ihrer mutter von der sympathischen lydia abzulenken flametti schimpfte und lepo zog unter dem tisch sein sprungbein an um einzugreifen falls der streit peinlichere dimensionen annehmen sollte jenny allein beschwichtigte kinder na setzt euch das fleisch wird ja kalt es wurde schlimmer von tag zu tag die wahre die zirkusnatur kam zum vorschein welch ein schreck für das ganze ensemble und auch für herrn schnepfe als eines tages in der vorstellung die eisenstütze des drahtseils die am parkett des herrn schnepfe festgeschraubt war ganz unvermittelt herausbrach samt einem halben quadratmeter parkett raffaella tanzte gerade den matschisch in fliederfarbenem satinröckchen den einen fuß vorschiebend über den telegraphendraht wie flametti zu sagen pflegte den anderen fuß nach rückwärts hoch in die luft geschlagen den japanschirm in gezierter hand hielt sie bedacht die balance so heftig schaukelnd und mit dem japanschirm schlagend dass die petrolium hängelampen des herrn schnepfe in blutiger majestät sich verfinsterten schon hatte sie die mitte des seils erreicht da krachte der boden der eisenträger neigte sich und das ganze spektakel raffaella im fliederkostüm der japanschirm das vorgeschobene bein und das hochgeschlagene bein fielen auf dem geknickten telegraphendraht ineinander ach gott meine schwester schrie lydia als stürzte ein neubau zusammen helft ihr doch zieht sie doch heraus ach ihr lieben leute helft ihr doch es war jedoch nicht viel passiert das seil war nur ein meter achtzig hochgespannt raffaella lag wohl am boden der schirm daneben aber sie schien sich nur auszuruhen abgestürzt war sie aus luftiger höhe und dem publikum bot sich gelegenheit ihre schenkel zu besehen wie man eine schwalbe besieht die sich an schwindelnder kirchturmspitze den kopf einstieß und nun plötzlich den blicken der gaffer preisgegeben ganz nahe am boden liegt aus dem schreck kam man nicht mehr heraus immer viel seit diesem begebnis raffaella irgendwo herunter von der bühne fiel sie herunter und hätte sich fast das bein gebrochen von der treppe fiel sie herunter polternd kam sie angerutscht und man musste den arzt holen vom draht der jetzt der länge nach durch das lokal gespannt war fiel sie ein zweites mal herunter mitten auf einen mit gästen besetzten tisch wo sie zwischen biergläsern verdutzt und verschämt einen augenblick lächelnd stehen blieb eine bierschaumgeborene venus bösartig aber gebärdete sich lydia sie schimpfte aufs essen auf ihr kaltes zimmer auf die männer die samt und sondersklavenhalter und ausbeuter tageliebe und unterdrücker seien die kein geld herausrückten sie lieh jennys petroleumofen aus und gab ihn ausgebrannt ruiniert und durchlöcher zurück hin war der respekt vor flametti und seinen indianern wenn sie flametti sorgfältig sich schminken sah in der garderobe schminkte sie selbst sich in niedriger farcerie ostentativ einen körperteil von dessen ausbeutung für theaterzwecke selbst die wilden der südsee sich nichts hätten träumen lassen wart nur ich werd es der mama schon schreiben rief raffaella verletzt und entrüstet aber dann brach die empfindsame lydia in heftige tränen aus nicht einmal spaß darf man machen was hat man denn noch vom leben aufhängen möchte man sich und als eines tages sich leporello die freiheit nahm mit flametti zusammen einen rennstall zu besichtigen brach zwischen lydia und lepo ein solch abgründiger haß aus daß sich herr schnepfe genötigt sah noch spät in der nacht mit seinem prämierten wolfshunde einzuschreiten judenverkäufer bandit unterdrücker schmierfink schrie lydia von raffaella gezaust und von lepo zerdroschen daß es weithin den gang und das haus durchgällte sogar jenny die sich in wahrheit aufopfernd benahm sie lieh ihren proteges das halbe boudoir aus brennschere seife nachttopf benzin wurde in mitleidenschaft gezogen du jenny sondierte raffaella als sie an jenny's namenstag traulichen streuselkuchen zum kaffee bekam wie ist das denn mit der traute geworden schreibt er ihr noch der schreibt ihr doch sicher noch meinst du nicht auch nein nein meinte jenny bedeutungsvoll der schreibt ihr nicht mehr dem ist die lust vergangen das hat sich ausgeschrieben und einige tage später du jenny der hat was mit der soubrette der lepo auch gib mal acht wenn sie singt ist dir denn das noch nicht aufgefallen geh sagte jenny du träumst aber sie nahm sich vor auf der hut zu sein und raffaella in ihrer strohwitwenschaft leistete sich's mit flametti anzubändeln sie hielt ihn nach alledem was jenny ihr anvertraut hatte für einen naivling schon duzten sie sich trotz flamettis erklärter antipathie als eines tags jenny dahinter kam in der garderobe was ist denn nun das schrie sie hochrot und abgetrieben von dieser ewigen hetzjagd hinter dem gatten her mit einer verheirateten frau fängst du auch noch an hast du noch nicht genug mit dem einen prozess willst du uns ganz ruinieren und du raffaella schämst du dich nicht prozess prozess staunten lydia und die soubrette zugleich herr meyer aber verfinsterte sich noch tiefer während herr engel sein sekretär fortschritte machte in der druckfertigen abschrift des langen anschwellenden apachenstücks gönnte herr meyer seiner inspiration nicht ruhe noch rast tag und nacht saß herr meyer durchstreichend was er geschrieben neu ordnend was ich nicht fügen wollte ja es konnte passieren dass die inspiration ihn in momenten heimsuchte die in der restlosen hingabe an fräulein laura gipfelten dass es ihn aus dem schlaf auftrieb inmitten der nacht dann schnellte er aus dem bett mit gesträubten haaren und nicht ließ er locker bis dass der gedanke gefesselt war laura sagte flametti als eines tags herr meyer wieder mit völlig gelähmten augenlidern bei tisch erschien sagen sie doch dem meyer er soll sich nicht gar so quälen mit seinem ensemble wissen sie die apachen offen gestanden gefällt mir nicht recht verstehen sie wohl gefällt mir schon aber es ist zu direkt das publikum stößt sich daran man muss rücksicht nehmen außerdem wird es nächstens bei uns entscheidende veränderungen geben fräulein laura machte große augen sie hatte mit engel bereits den apachentanz einstudiert der zwischen messergefunkel und einem entrissenen portemonnaie viel rüde körpergymnastik und mancherlei aneinanderpressen der hüftbecken mit sich brachte veränderungen ja veränderungen im vertrauen gesagt mit den zirkusleuten das geht so nicht mehr leporello allen respekt aber die weiber unmöglich meine frau hat sie engagiert wir brauchten ersatz für die häsleys gut aber jetzt ist es so weit dass sie selbst schon verrückt wird und als fräulein laura erschrocken und sehr besorgt nach worten suchte der ganze kram ist mir über es gibt keine achtung mehr keinen respekt in der welt keine grandessa wollte er sagen er suchte das wort fand es nicht und ersetzte es durch eine geste nur gemeinheit auch meine frau sie meint es ja gut aber vom höheren versteht sie halt nichts die weiber haben das an sich sie sind gemein niederträchtig alle das ist es sie sind aus prinzip gegen das das wieder blieb ihm das wort aus sie sind aus prinzip dagegen leer sind sie und dumm wie der teufel alles ziehen sie in den dreck sie hat mir den zirkus ins haus gebracht wer weiß warum vielleicht nur weil sie es allein nicht schaffen konnte man kommt auf den hund laura versuchte zu lächeln ach was depressionen rief sie und schwenkte den lockenkopf geht vorüber sowie der besuch sich hebt sowie der erfolg einsetzt müssen es denn gerade die indianer sein es gibt doch andere nummern aber flametti schüttelte den kopf unverstand von der jenny ah diese ganze schäbige wirklichkeit schad dass der türke hochging es war eine beruhigung so einen mann in der welt zu wissen solch eine quantität von opium kokain und haschisch laura lächelte gütig bewundernd eine freundin von mir russin hat kokain ich werde ihr schreiben und eine zarte sympathie entstand zwischen beiden anlass zu manchem vertrauen eines tags aber sah man flametti ganz besonders niedergeschlagen eine vorladung war gekommen vom bezirksanwalt mißbrauch und mißhandlung von dienstpersonal verführung minderjähriger traute und güssi hatten anzeige erstattet was hast du gesagt bestürmte jenny den gatten als er vom untersuchungsrichter zurückkam was hab ich gesagt brummte flametti das kannst du dir denken es kommt zum prozeß ende von abschnitt 13 gelesen von eva k abschnitt 14 von flametti von hugo ball diese librivox aufnahme ist in der public domain sechstes kapitel 1 herr leporello hieß mit vornamen emil er war schlank lang geschmeidig zwei mächtige eckzähne blitzende augen ein heiserer baß geben einen begriff seiner persönlichkeit besonderes merkmal steifer schleifender gang der zirkusleute die sich bei einer verwegenen pièce einen bruch geholt haben auch seine weste war eine weste wie man sie nur beim zirkus trägt goldfarbig tapetenmuster mit allerhand schnörkeln und tressen dieser leporello emil artist geboren 17 märz 1883 bekam seine kriegsbeorderung just an dem tage da seine tante geburtstag hatte emil wehklagte lydia ach emil die beorderung ihr schmerz kannte keine grenzen und ob zwar dieser schmerz keineswegs affektiert war stand er doch in einem so auffallenden gegensatz zu lydias früherem benehmen ihrem haß ihrer verachtung wovon man in basel gelegentlich der nächtlichen szene mit herrn schnepfes prämiertem wolfshund ein beispiel gesehen hat dass es lydia selbst zu bewusstsein kam ach ich weiß gar nicht seufzte sie und die hände fielen ihr in den schoß ich möchte gar nichts mehr hören und sehen seit ich weiß daß mein emil in den krieg muß ach emil wie wird das enden aber emil war guten mutes ho ho lachte er gedrückt ohne die eckzähne zu zeigen laß man jähn ick bin froh drum det vaterland ruft da jibts kene zicken und dann nahm er sein handköfferchen eines tags und hatte den paletot an und den regenschirm in der hand und verabschiedete sich lydias augen hingen an ihm wie leere sonnenblumen im herbst auf die es geregnet hat ach ihr lieben leute mein guter lieber emil jetzt geht er dahin und wer weiß ob er wiederkommt und sie streckte sich auf den zehenspitzen umarmte und küßte ihn und stellte immer wieder ihr eigenes handtäschchen dabei auf den boden denn sie begleitete ihn bis zur grenze aber emil war guten mutes und sagte herr j nochmal man mehnt ja es jed in die ewigkeit er hoffte draußen schon kameraden zu finden es gab dort gewiss lustige brüder genug tarok spielen würde man sicher auch dort als froschmensch wird es ihm leichter fallen sich in der kriegsgymnastik zurechtzufinden und es gab bilder in den illustrierten aus denen hervorging daß auch da draußen nicht immer nur die granaten platzten und so reiste er ab man spielte jetzt wieder im krokodil basel war doch nicht das richtige man war zur fuchsweide zurückgekehrt warum auch nicht die polizeibuße war bezahlt in der fuchsweide war man zu hause und wo man zu hause ist da soll man sich nähren freilich hatte sich hier in der zwischenzeit vieles geändert es war nicht die alte fuchsweide mehr ein neues polizeiregiment war aufgekommen ein anderer inspektor es wehte ein schärferer wind die annehmlichkeiten des krokodilen waren die alten das klavier vorzüglich die heizung brillant biermarken im überfluß aber die polizei hatte heftige lücken gerissen ins publikum hin war der mondäne glanz hin war die freude verschwunden die habitués verschwunden der totenkopf und seine schwester verschwunden fräulein amalie verschwunden herr pips verschwunden der herr krematorium fritze der all sein geld verjuckt und mit der dame in feldgrau ein von der polizei nicht gern gesehenes verhältnis auf gegenseitigkeit unterhalten hatte dagegen gab es nun in der fuchsweide ein organ die zündschnur organ gegen die übergriffe der polizei und des kapitalismus redigiert von herrn doktor asfalk einem ehemaligen freund und studiengenossen des derzeitigen polizeihauptmanns herr doktor asfalk ein schwärmer und utopist ließ sich die interessen der fuchsweidenbewohner sehr angelegen sein als der neue polizeihauptmann herr adalbert schum eines tages höchstpersönlich im krokodil erschien um nach dem rechten zu sehen kam es zu ganz privaten auseinandersetzungen und ohrfeigen zwischen ihm und seinem ehemaligen keilfuchs und die szene endete so daß herr polizeihauptmann schum der inkognito da war den schauplatz mit schimpf und schande verlassen mußte weil ihn anders das schwere geschütztes doktor asfalk eine gruppe schlachthausgehilfen in grund und boden geschlagen hätte und wenn auch herr doktor asfalk den kampf in der folge mehr ins ideelle gebiet hinüberspielte so waren doch solche erregte leufte den musen nicht günstig herr polizeihauptmann schum dekretierte in allen konzert und vergnügungslokalen der fuchsweide untersage ich hiermit ab ersten dezember die schaustellung wilder tiere dressierter löwen bärenaffen bärringkampf singende schakale sogenannte meerweibchen etc dergleichen untersage ich die verwendung von schlagzeug große trommel pauke cinelle schrumbas bis auf weiteres wer diesem verbot zuwiderhandelt wird mit polizeibuße bestraft bis zu dreihundert franken und herr doktor asfalk erwiderte in der wir kennen die wilden tiere tiger füchse und affen der polizei es bedarf keiner hinweise wir werden uns bemühen sie um die ecke zu bringen wir kennen auch den schrumbas der polizei es ist ein instrument das rasselt wenn man es auf den boden stößt wir werden dahin wirken daß auch dies instrument verschwindet wir stellen uns auf den boden der nacktesten wirklichkeit wir werden in unterhosen die nationalhymne singen wir werden in schnurrbartbinden unsere ensembles aufführen statt uns masken zu schminken wir werden uns bäuche stopfen und scheitel ziehen wie sie herr adalbert schum zur schau trägt und werden auf diese weise hottentotischer wirken als nach dem urteil der polizei alle wilden tiere und pauken zusammengenommen zündschnur nummer drei vom 18. dezember und ein andermal nummer vier seite drei man lasse dem volk seine harmlosen freuden wie sagt doch der dichter freude schöner götterfunke tochter aus elysium jene aber verräter an der notdurft der menschheit gehen darauf aus dem leben seinen holden schimmer seinen flaum zu nehmen gezeichnet doktor a und als eine neue razzia stattfand konnte man in der zündschnur nummer sechs jahrgang i die sätze lesen freunde mitbürger genossen hört euer bestes euer gemüt ist verdächtig vor gericht ist alles gemüt verdächtig gemüt kennzeichnet unseren henkern menschen die auf suspekten wegen gelitten haben und zermürbt sind gemüt ist für sie opposition und verschwörung gemüt ist das merkmal von menschen die renitent sind waren oder sein werden gemüt ist eigendünkel und eine gefahr für sie leute von gemüt gehören in untersuchungshaft man recherchiert mit recht und erfolg nach kriminellen akten von ihnen legt euer gemüt ab bei solchen ergüssen war es erklärlich daß das geschäft litt daß sich die habitués verflogen gerade der letztere artikel wurde deshalb von direktorialer seite sehr angefeindet sein ironischer ton war leicht mißzuverstehen legt euer gemüt ab das konnte auch heißen meidet die vorstellungen gebt keine gelegenheit euch zu fassen das musste dem publikum angst einjagen es abhalten zu kommen der dr asphalk in seinem fanatismus ging entschieden zu weit begann der sache zu schaden und erreichen der polizei gegenüber konnte er doch nichts sie hatte die macht sie hatte vom staat die befugnis zu säubern und wenn man sauberkeit ordnung und rechtlichkeit anerkannte dann mußte man auch die polizei anerkennen nur den vereinten rhetorischen anstrengungen der direktionen gelang es den besuch ein wenig zu heben neben herausgebügelten bauernweibern die in der stadt ihre einkäufe besorgten saß ein französischer invalide dem beim aufstehen die krücken fielen neben dem seifensieder den die reklameaufsätze der zündschnur angelockt hatten saß eine brotlose köchin voller entschluß unsittlich zu werden und sich im varieté den entscheidenden stoß zu holen dabei reklamierte herr schnepfe von basel aus zwei turmhohe rechnungen über gehabte extraschnitzel hähnchen schnecken der damen raffaela und lydia die unter nichtbegleichung der zeche knall und fall abgereist waren man trat im krokodil jetzt auf in jennys neuen orange kostümen es war eine sensation jenny in diesem matrosenkostüm sah aus wie suppenkasper auf reisen rosas gemäßigte hammelbeine daneben standen mit durchgedrückten waden wie gedrechselt aus einem stück ohne gelenke und knöchel die spatzenbeine der soubrette gaben der linie der drei chanteusen einen wenigstens in der perspektive harmonischen abschluß interessanter wurde das bild wenn die drei damen sich dann vom profil her boten mit einem gerissenen haken schwenkte herr meyer auf dem klavier da gehen die mädchen hin da sitzt der jüngling drin da ist's wohin sich alles zieht das rechte bein der damen hob sich dreifach die hinterste hosennaht der matrosenkostüme prall ausgefüllt mit unterwäsche schwankte zuckte zackte losmarschierten die drei mit zum publikum geneigten köpfen und gewinnender eleganz aber es war kein erfolg und das hatte weniger ästhetische als moralische gründe es gelang den damen raffaella und lydia nach leporellos einberufung nicht länger ihre renommee aufrechtzuerhalten die hochachtung schwand der respekt der apachenpartei erfuhr eine ernüchterung man kam dahinter daß die vornehmheit der zirkusartisten nur getue gewesen war es stellten sich allerhand ehrenrührige fakta heraus in früheren zirkusengagements sollen sie schürzenvoll das kleingeld weggeschleppt haben noch jetzt fand man unten am see wo die zirkusse standen bei eifrigem suchen und zufälligen gängen kupfer und silbermünzen die beim wegschleppen der gelder zu boden gefallen waren es stellte sich auch heraus dass lydia und raffaella keineswegs artisten von kindesbeinen auf waren artisten die gewissermaßen schon an der mutter brust in spagat ausbrachen im gegenteil frau scheiteisen war hebamme gewesen eh sie zum zirkus ging und sich donna maria josepha nannte raffaella und lydia legten auch keineswegs wert darauf mühevoll renommee und distanz zu wahren raffaella hatte die hände voll arbeit mit ihrem kinde lydia ging auf in der sehnsucht nach dem entschwundenen gatten ach mein emil ach mein emil jammerte sie und die tränen standen ihr in den augen die sehnsucht verstörte ihr kleines gehirn die augen flossen ihr aus ach emil ach emil wer hätte das denken können hinauf lief sie in ihr zimmer und schleppte die photographiestände herunter während der vorstellung um sie den gästen zu zeigen so hat er ausgesehen das ist er ach mein guter emil sie haben ihn sicher schon totgeschossen und wenn sie dann die fotografien ansah da stand emil leporello freundlich lächelnd mit augen eines dompteurs den arm in die seite gestützt die beine übereinander geschlagen und sich vergegenwärtigte wie er zerhackt und gefierteilt auf einer rasenbank in sibirien den raben zum fraß überlassend dalag und nach ihr rief lydia hierher zu mir dann brach ihr das herz herunter hing ihr der unterkiefer herunter hingen ihr die augenlider die arme ein kleiner tropfen bildete sich an der spitzen nase ausbrach sie in lautes heulen und war untröstlich umsonst versicherte man ihr er sei gewiß noch in der kaserne und wer weiß ob er jemals wenn er doch nur seine eckzähne habe und nicht gut beißen könne hinauskomme in den schützengraben kein vernünftiges wort verfing kein scherzwort genügte ihr sie hatte genug von der welt dem hauptmann wollte sie schreiben hinreisen zu ihm sich niederwerfen vor ihm sich ihm anbieten zu jeder schmach wenn er ihr nur ihren emil wieder gebe eine deklassierung der zirkusartisten fand statt eine nivellierung innerhalb des ensembles ja die apachenpartei die unter empfindsamen regungen weniger litt gewann langsam wieder die oberhand monsieur henri der ausbrecherkönig beherrschte jetzt völlig die rolle der zeugin emilie schmidt und herr pinier der schlangenmensch unter dem überragenden druck der begabung leporellos nicht länger leidend arbeitete sich unter täglichen trainagen und fräulein lauras geneigter assistenz langsam wieder in den vordergrund einen wirklichen knacks aber erlitt die moralische situation des ensembles als man dahinter kam flametti habe einen prozeß und als man erfuhr um was für einen prozeß es sich handelte kinder rief raffaella und ein licht ging ihr auf habt ihr gehört was der alte für einen prozeß hat verführung minderjähriger das schwein soll man das glauben schabernakelt hat er mit der güssi und mit der traute sie setzte sich es war im zimmer des pianisten und der soubrette und ließ die hand auf die tischkante fallen das ist nichts neues meinte bobby der für laura zigaretten besorgt hatte und den fadenscheinigen wollschal der ihm von der schulter gerutscht war über die schulter zurückwarf schon in bern hat er mit denen was gehabt bevor sie noch zu uns kamen ja kinder das ist ja die höhe rief raffaella in ihrer emphatischen weise die stecken ihn ja ins zuchthaus was machen wir nur oje winkte die soubrette ab und verkniff zynisch das linke auge sie wußte noch ganz andere dinge aber sie wollte nicht reden auch lydia kam jetzt ins zimmer hm so was sagte sie und nickte sorgenschwer das ist doch ein skandal der alte esel man wohnte jetzt im krokodil lydia raffaella und lotteli der pianist und die soubrette hatten je ein zimmer im kleinen hotel zu den mahlzeiten ging man hinüber in flamettis wohnung herr meyer kam zurück von der bibliothek er arbeitete noch immer an seinem apachenstück vor allem eins sagte er ruhig blut ich habe das lange kommen sehen schon in basel es ist mir nichts neues im schlimmsten fall machen wir selbst ein ensemble wir sind eins zwei drei vier fünf sechs leute die alle etwas können engel macht seine ausbrechernummer bobby macht den schlangenmenschen sie beide tanzen ich spiele klavier es müßte doch mit dem teufel zugehen wenn wir keinen erfolg hätten außerdem habe ich ein apachenstück geschrieben glänzend das führen wir auf aber diskretion damit waren alle ein verstanden leise sprach man denn die wände im krokodil waren dünn wie papier latten verschläge waren die zimmer mit tapeten bezogen meterlange risse klafften hinter den betten und wenn ein bekannter flamettis etwa der hausknecht zufällig horchte war man verkauft und verraten nur engel hatte bedenken ihm war die karriere verleidet nein nein sagte er traurig und am ende mit seiner kraft ich hab's satt ich mache nicht mehr mit mich müßt ihr streichen und sei es nun daß er an flametti nicht zum verräter werden wollte oder die luft zu brenzlig fand oder noch litt unter den nachwehen der proben zum friedhofsdieb er lehnte ab gab es auf verzichtete auf seine mitwirkung meyer war überrascht das ist unmöglich engel das tun sie uns nicht an das geht nicht aber engel zuckte die achseln ich habe ja ein wenig geld auf der kasse ich brauche nur zu schreiben und 500 franken sind da ich kann mich beteiligen aber nein nein ich hab keine lust mehr ich nehme eine vertretung an ich habe beziehungen und er zog eine geschäftskarte aus der tasche darauf stand original ideal perplex und simplexmühlen schrot und malmühlen für zerkleinerungen jeder art plupper und co vertretung und spuckte aus die zunge über den zähnen und ging mit vermiestem völlig desillusioniertem gesichtsausdruck die beine schlenkernd durchs zimmer da ist nichts zu machen bedauerte meyer er legte engel die hand auf die schulter sah ihm tief in die augen und sagte na schön engel dann nicht aber bleiben sie uns gut freund so weit es an mir liegt versicherte der und reichte dem meyer zitternd vor ergriffenheit die hand ein mann ein wort flamettis prozess war binnen kurzem stadt bekannt und wie es zu gehen pflegt wenn eine solche sache publik wird man zog sich zurück von ihm nahm partei gegen ihn fand ihn übertrieben naiv und reichlich ungeschickt man verurteilte ihn im intelligenzblatt erschien ein brandartikel moderne sklavenhalterei worin punkt für punkt flamettis unhaltbare geschäfts und familienpraxis ans licht gezerrt wurde ein direktor der zugestandenermaßen nichts von gesang versteht hieß es in jenem artikel dessen verfasser keinen anspruch erhob als autor genannt zu werden ein direktor der zugegebenermaßen nicht das leiseste tonunterscheidungsvermögen besitzt hält sich eine anzahl gesangseleven denen er seine sauberen künste beibringt gesangseleven die er zugleich als dienstboten benutzt die er zwingt ihm zu willen zu sein und denen er doch als entgelt nur schlechte behandlung verabfolgt ein morast sittlicher verkommenheit enthüllt sich wenn man die schlupfwinkel dieser modernen sklavenhalterei diese brutstätten des elends aufsucht in kellern und hinterhäusern hausen die conditieri der lasterquartiere und dirnenviertel ein absteigequartier dient als schauplatz wilder gelage als treff und versammlungspunkt wo man die beute verspielt mädchenhändler und bauernfänger roue der hintersten sorte geben sich hier ein stelldichein und der direktor preist seine ware an wahrlich es ist an der zeit daß die polizei einschreitet und diese schlupfwinkel säubert so stand es geschrieben und wenn auch flamettis name nicht genannt war so wußte doch jeder dass der artikel auf ihn ging beim großen artistenfest in der weißen kuh reichte man sich den artikel von hand zu hand ein klebriges heiligtum mit verständnis sinnigem lächeln und unterdrücktem gezwinker da war besonders herr köpke bariton solo und offiziersdarsteller bei ferrero der laut partei nahm für die beiden mädel und die moralität schweinerei von dem menschen erklärte herr köpke mit der resonanz eines gemeindesängers blamage für unseren ganzen stand die konzession werd ich ihm entziehen lassen seinen ausschluß aus dem klub werde ich beantragen das geht doch zu weit herr köpke war schriftführer der artistenloge edelstein deren logenbruder auch flametti war haben sie schon gelesen sagte herr köpke und steckte meyer das intelligenzblatt zu lesen sie mal und herr meyer las und herr köpke begab sich unauffällig an seinen platz zurück eine schlägerei fand statt zwischen flametti und herr köpke in der rabenschmiede einige tage später daß zwei tische und drei stühle in trümmer gingen sowie zwei präparierte hasenköpfe mit glasaugen die der beizer der rabenschmiede aus seinem privatbesitz zur ausschmückung des lokals herangezogen hatte ende von abschnitt 14 gelesen von eva k abschnitt 15 von flametti von hugo ball diese librivox aufnahme ist in der public domain sechstes kapitel 2 das renommie flamettis ging flöten langsam aber sicher noch hatte er viele freunde und seine treueste helferin war mutter dudlinger die ihm stets lächelnd im hintergrund heimlich die stange hielt noch hatte flametti das kapital hinter sich noch konnte er auftrumpfen sich sehen lassen wenn das geschäft auch täglich schlechter ging als aber in der silvesternacht die polizei vier mann hoch in mutter dudlingers wohnung eindrang wobei herr engel in knapper not durch das lokusfenster über die dächer entkam da schloss mutter dudlinger die offene hand und versagte lydia und raffaella rebellierten jetzt ganz offen geschäft und auftreten wurden ihnen täglich mehr nebensache in der garderobe saßen sie herum wenn das klingelzeichen längst gegeben war sie beeilten sich gar nicht sonderlich sich zu schminken noch legten sie wert darauf pünktlich zur vorstellung zu erscheinen herr meyer war gezwungen von tag zu tag längere zwischenstücke zu spielen andere nummern mussten eingeschoben werden weil raffaella mit ihrer frisur nicht fertig war für den drahtseilakt weil lydia zum cakes walk erschien ohne das zierstöckchen und ohne knöpfe am anzug die ihr die schwester in der garderobe mutwillig abgetrennt hatte sie aßten ganz offensichtlich flametti zum trotz sie tanzten ihm auf der nase wenn flametti mit einem donnerwetter drein fuhr und sich beklagte nahmen sie wohl die kassiermuschel und gingen sammeln doch sie vergaßen dann ganze reihen zu kassieren tauschten späße mit den gästen und schienen auf alles andere eher bedacht als auf gute kassierung sie hatten interesse nur noch für die mahlzeiten die flametti ihnen zu bieten hatte pünktlich um zehn uhr früh erschienen sie zum café flametti und jenny schliefen dann noch sie drangen in die küche schoben die blöde rosa beiseite und durch stöberten kisten und kasten nach honig gelee und butter was ihnen bei solcher razzia in die hände fiel aßen sie auf die kleine lotteli hatten sie mitgebracht die stopften sie voll brot kaffee und gelee das der mund des kindes aussah wie ein kleistertopf pünktlich um zwölf uhr stellten sie sich zum mittagbrot ein rasch unverschämt und gefräßig besonders lydia übertraf alle begriffe von gier kaum erschien die platte mit fleisch oder gemüse so hatte sie schon die gabel oder den löffel zur hand und wer sich nicht seinerseits sehr beeilte ging leer aus sie aßen systematisch überzeugt mit absicht sie aßen als gelte es vorrat zu essen ohne rücksicht auf diesen geschwollenen patron der ihnen durch seinen ganzen prozeß durch sein ganzes schuldbewusstes benehmen die überzeugung eingab es komme nun nicht mehr drauf an rücksicht walten zu lassen während des mittagessens aber machte lotteli einen finger gegen flametti und drohte klug du du schlug mit dem suppenlöffel auf den tisch das die körner der reissuppe spritzten schnellte sich in unbewachten momenten mit beiden schmutzigen schuhchen auf dem gebürsteten plüschsofa hopsend und krähend warf die große steinerne vase mit dem imprägnierten binsenstrauß um hinter der tür heulte und quäkte mutter und tante aßen ruhig weiter in wetteiferndem tempo unbekümmert sachlich eilig wie harpien deren geschäft es ist möglichst viel fraß zu schlucken und zu verdauen flametti versuchte die lücken in seinem ensemble auszufüllen und eine geigerin kam ins haus eines tags um probe zu spielen leider sie war nicht geschaffen fürs raue leben von einer gottergebenen friedlichkeit war sie und naivität hatte bis dato ihr brot verdient durch aufspielen von kinderstücken in den kneipen und spelunken der fuchsweide erst war sie mit dem zitterkasten gegangen allabendlich dann hatte sie das violinspielen gelernt bleichsüchtig und hager von einer rührenden gottseligkeit war sie sie säen nicht sie ernten nicht und doch ernähret sie der herr manch einer hatte sie mitgenommen aus mitleid und ihr ein warmes nachtlager gegeben wenn sie noch spät nach der polizeistunde auf der straße irrte engbrüstig und schmal war sie von gestalt ein lehrerinnen typ einen kneifer trug sie und strich mit dem fiedelbogen so ausdruckslos freundlich und doch akkurat und energisch ihr instrument daß man ihr wirklich nicht böse sein konnte soll ich mal was spielen fragte sie harmlos ja fiel mal los sagte raffaella aber die geigenmarie genierte sich draußen in der küche sagte sie forsch und sie ging hinaus in die küche öffnete den schalter damit man auch drinnen etwas hören könne und dann spielte sie los stille nacht heilige nacht oder behüt dich gott es wär so schön gewesen oder die rasenbank am elterngrab kam dann wieder herein und lächelte jeden einzeln der reihe nach an als wolle sie fragen na wie war's schön nicht wahr aber lydia meinte komm mal her was hast du denn da für ein fähnchen und zog ihr ein kleines metallfähnchen aus dem brustlatz lydia war neugierig wie ein tier beschnupperte sie federte sie ab den brustlatz knöpften sie ihr auf ihre strumpfbänder sahen sie nach den stoff ihrer blauen glockenhosen rieben sie zwischen den fingern ja meinte raffaella bedenklich wenn du zu uns ins ensemble willst dann musst du vor allem gerade beine haben und einen schönen körper zeig mal her und die geigerin immer freundlich lächelnd ein sonntagskind zog sich aus und zeigte ihre beine raffaella krähte vor vergnügen ja das ist ganz gut sagte sie bißchen mager aber es geht schon kannst du auch tanzen nein tanzen konnte sie nicht mußt du noch lernen eine tänzerin brauchen wir fiedeln kannst du nebenbei marie war argwöhnisch geworden ihr macht spaß mit mir sagte sie ein wenig rauh und erkältet nein nein versicherte raffaella das ist bei uns anders als bei der heilsarmee bei uns gibt es kavaliere lebewelt da muß man herzeigen was man zu bieten hat flametti fühlte sehr wohl daß die frivolität dieser szene nur gegen ihn gerichtet war daß man sich lustig machte auf dem sofa saß er dunkel vor wut und scham und biß sich die lippen zieh dich an sagte er zu der geigerin du spielst sehr gut mancher wär froh wenn er so spielen könnte kannst heut abend in die vorstellung kommen und dir mal ansehen was wir machen wenn du lust hast kannst du herrn meier begleiten zum klavier das ist wohl zu schwer meinte marie ja dann ist nichts zu machen bedauerte flametti dann kann ich nicht helfen tut nichts lächelte die geigerin dann gehe ich wieder in die wirtschaften und spiel auf und sie packte sorgfältig ihre geige ein einige tage später als flametti die gagen auszahlen wollte entdeckte er zu seinem schreck daß quittungen über acconti die er an raffaella lydia und bobby ausgezahlt zu haben genau sich erinnerte aus seinem quittungsblock verschwunden waren herausgerissen waren drei formulare mit einer dreistigkeit und gewalt daß an der perforiernaht die fetzen noch hingen das ist doch die höhe rief jenny ganz in raffaellas weise das ist doch die höhe max du zahlst ihnen nichts aus bis sie die quittungen wieder beigeschafft haben du zeigst sie an das ist einbruch sie haben die tischschublade aufgebrochen sie wollen den verdacht auf den kleinen bobby lenken sie haben einen dietrich gehabt das sind verbrecher das lässt du dir nicht bieten aber flametti lächelte bitter und verlegen wer kann's ihnen beweisen die quittungen sind fort ein esstisch ist kein kassenschrank vielleicht hatte ich nicht abgeschlossen vielleicht habe ich selbst die blätter in der aufregung herausgerissen lass nur die paar franken tun's auch nicht und er zahlte die vollen beträge aus am abend aber in der garderobe als er sich maske schminkte und mit der soubrette allein war drängte es ihn doch sich auszusprechen wissen sie laura es liegt mir ja nichts an den paar franken aber das hätte ich doch nicht geglaubt von den weibern fräulein laura saß vor dem langen schminktisch auf dem die schminkschatullen der damen standen und tupfte sich mit der puderquaste die nase flametti stehend laura den rücken zugekehrt zog sich ein wenig unbeholfen indianerfalten zwischen nasenflügel und oberlippe von unten hörte man herrn meyer das zwischenstück den missouri step spielen flametti kam auf seinen prozess zu sprechen wissen sie meinte er seitwärts durch die gelüpfte oberlippe das ist ja ganz anders als die alle glauben das weiß ja meine alte selbst nicht fräulein laura malte sich mit dem augenstift japanische monde mit der traute das stimmt aber mit der schon in bern das war ein gewaltsakt wenn man dahinter kommt geht's mir nicht gut für einen moment verstummte unten im saal herrn meyers missouri step laura sprang auf und horchte über das treppengeländer hinunter haben noch zeit meinte flametti und herr meyer legte auch sofort mit der wiederholung los fräulein laura eilte zurück zur schminkschatulle flametti warf seinen häuptlingsrock über den kopf jenny versucht ja alles sie schafft geld und sie hat sich ihre aussage so zurechtgelegt daß man den beiden nicht glauben wird wenn der schwindel glückt er selbst schien nur halb dran zu glauben trotzdem konnte er sich nicht verkneifen ein wenig zu renommieren im indianerkostüm ging's wohl nicht anders man kennt mich zu gut weiß daß ich ein gewaltsmensch bin wen man vor sich hat und daß es nicht so glatt abgeht wenn man mir an den kragen will er stellte sich in unterhosen den speer zurecht achtzehn war ich alt in bern mit ein paar kollegen einen ganzen schlag haben wir in die are geschaufelt bei nachtzeit das fundament weggegraben die ganze bescherung mitsamt den weibern fiel in die are er sah sich vorsichtig um ob es auch keinen zeugen gäbe und lachte belustigt das war ein gezeter das hätten sie hören sollen schlüpfte in die fransenhosen und schlenkerte das bein die soubrette wandte aufhorchend den kopf als die erzählung aber nicht weiter ging komplizenhaft und verkniffen diese mädel natürlich unschuldig sind die auch nicht ob die unschuldig sind blies flametti durch die nüstern und langte sich den kitt für die nase ich soll die weiber nicht kennen mir muß man sagen na also meinte die soubrette und beeilte sich fertig zu werden wenn sich ein mann in den besten jahren ein mädel greift und ordnete ihre turnüre drunten im lokal wiederholte herr meyer zum zweiten male den mittelsatz des missouri step flametti setzte den kopfputz auf strich sich mit beiden händen über den perückenansatz das ist es ja nicht zwinkerte er sie hat geschrien sie hat sich gewehrt und gerade das hat mich gereizt verstehen sie er drückte sich den indianer kit auf die nasenkante die soubrette verstand und nickte bedenklich haben sie einen anwalt selbstverständlich lächelte flametti in aller seelenruhe aus der kniebeuge er mußte sich bücken um in den spiegel sehen zu können na also griff die soubrette rasch noch einmal zum spiegel was kann da geschehen von unten ertönte das klingelzeichen die indianer zogen nicht mehr das publikum war wie verändert was ihm früher als ein exzess von libertinage erschienen war hielt es jetzt für zynismus wie doch dieser flametti der allen grund hatte sich zu ducken der solche sachen auf dem kerbholz hatte setzte sich über die einfachsten anstandsregeln hinweg spielte die indianer und machte sich lustig was für eine sittliche verrohung in dem menschen was für eine unerhörte mißachtung der rücksichten auf die gesellschaft so viel taktgefühl mußte man haben einzusehen dass die aufführung dieser indianer unter sotanenumständen kompromittabel war für die ganze moralische tradition der fuchsweide nein nein das ist freibeuterei das ist lästerung so sind wir nicht da tun wir nicht mit man verschone uns flametti fühlte wohl daß man sich zurückzog von ihm daß er umsonst sein talent ausspielte es verfing nicht mehr die russischen freunde fräulein lauras waren die einzigen gäste die noch immer klatschten wenn er mit augen glut unterlaufen vor ästhetischer anstrengung auf der bühne lächelnd seine feuer und fakirnummer absolvierte die ihn einluden platz zu nehmen wenn die nummer vorbei war und er an ihrem tisch stehend mit souverän salopper indifferenz von seinem speckigen gehrockkragen die verirrten spritzer des petroliums wischte das er in langen brausenden flammen einem höllenfürsten vergleichbar ausgespuckt hatte seine feuernummer liebte flametti abgöttisch ein pyromane und sadist war er von natur und wenn er ein wenig angetrunken oder berauscht von opium darauf verzichtete das petrolium das ihm vom mund tropfte abzuwischen dann schimmerten seine wulstigen lippen in jenem bläulichen fäulnisschein der gemischt mit trauer und melancholie jenen sendboten der hölle eignet die in wahrheit zeloten des edelsinns und verdammte der himmlischen bourgeoisie sind der polizeihauptmann schumm schickte seine kommissare immer häufiger um auskünfte recherchen und feststellungen flametti an unbehelligte freiheit gewöhnt riss die geduld er empfand die besucher als verletzungen seines hausrechts eingriffe in seine familienehre das misstrauen der polizei kränkte ihn sie kujonieren mich sie koranzen mich schrie er im jähzorn ich schlag sie tot diese hunde das ist mir zuviel und er beschloß ihnen aufzulauern im hausflur und den ersten besten der seine schwelle übertreten würde zu erschlagen mit einem kopfgroßen pflasterstein bewaffnete sich flametti um dem ersten besten der sich blicken ließe den schädel zu zertrümmern und als man ihm sagte flametti die polizei kommt eilte er in die küche trotz jennys geschrei packte den stein und lief die treppe hinunter jenny stand oben am treppengeländer entsetzt einer ohnmacht nahe und hielt sich mit beiden händen die ohren zu mutter duttlinger schnaubte und bebte aber es war nur ein gast mutter duttlingers den flametti am kragen gepackt in den hausflur schleppte ein missverständnis ein irrtum die verwechslung klärte sich auf mutter duttlinger stand lächelnd mit brennender kerze jenny atmete auf ach max hast du mir einen schreck eingejagt mutter duttlinger spendierte zwei flaschen asti und man saß oben in flamettis stube zu vieren und feierte bruderschaft ein alter eidgenössischer burschenschaftler war jener gast gemütlich breit keine spur von spitzel oder detektiv das gegenteil davon ein weinseliger zecher mit riesenbizeps und goliatstirn aufstreifte er seinen hemdärmel ballte die faust eine seele von mensch und ließ den muskel schwellen flametti tat das gleiche so saß man sich gegenüber auf dem kanapee und sah sich voll trunkner sympathie tief in die augen anstieß jener daß der wein überschwappte und rief mit völkischer urwüchsigkeit prosit flametti mutter duttlinger aber die ihn liebte in ihrer seele setzte sich auf seinen schoß brünstigen gemütes und umhalste ihn und ihr speck hing über seine breiten schenkel in vollen schwaden wer nicht liebt weinweibgesang der bleibt ein tropf sein leben lang jenny war keineswegs gewillt die dinge gehen zu lassen wie sie gingen sie beschloß strengere seiten aufzuziehen dem ensemble gegenüber und auch zu hause zu bewahren ihre maßnahmen richteten sich zunächst gegen fräulein therese fräulein therese mit ihren gichtbrüchigen händen und erfrorenen füßen litt unter der kälte furchtbar schon als die herrschaft in basel war saß fräulein therese in stillen stunden weinend in der leeren wohnung für deren heizung man ihr kein geld schickte und gedachte trauernd der maienzeiten da sie mit löckchen und stöckelschuhen noch ging auf der neuhauserstraße zu münchen und selig verliebte blicke den jungen herrn zuwarf 40 jahre waren seither mit grauen schleppen ins land gegangen fräulein therese ins gesicht war lang geworden ihre nase spitz ihre augen grell die jahre die so himmelblau und sommerlich begonnen hatten sich verschwärzt ein verschwärztes mädchen saß fräulein therese in der verlassenen stube wenn ihre herrschaft zum konzert gegangen war eine halbe bier stand vor ihr auf dem tisch und fräulein therese rauchte stumpen den arm auf den tisch gestützt die müden glieder nur mit seufzen hebend wenn das gas heruntergebrannt war und man ein neues zwanzig centime stück in den automaten werfen mußte alle 40 grauen schleppen der vergangenen 40 grauen jahre schleppte fräulein therese mit in ihren röcken und jetzt gönnte man ihr sogar das bier nicht mehr und die stumpen eine erbitterung überkam fräulein therese und sie beschloss selbst wenn sie täglich geschumpfen würde ihren gliedern eine strengere leistung nicht mehr zuzumuten was konnte geschehen mochte man sie wegschicken irgendeine lebensfreude muss der mensch haben die zigaretten ihrer jugend hatte sie sich abgewöhnt auf die stumpen ihres alters würde sie nicht verzichten nie und nimmer zuletzt blieb immer noch eine freistelle im spital oder in einem siechenheim sie verdiente das sie hatte sich redlich geschunden und wenn jenny ihr dann vorhielt therese wir müssen früher aufstehen therese ich kann keine bierschulden mehr für sie zahlen dann gab fräulein therese gleichgültig brummend und grob zur antwort ja dann müssen wir kohlen haben damit ich einheizen kann ja dann kann ich's nicht mehr schaffen ich bin krank und die roten tränen rannen ihr über das alte lange gesicht max sagte jenny das geht so nicht mehr die haushaltung verschlampt mir ende von abschnitt 15 gelesen von eva k abschnitt 16 von flametti von hugo ball diese librivox aufnahme ist in der public domain sechstes kapitel drei der prozeß war jenny's geringste sorge das würde sich schon arrangieren lassen sie war der begründeten meinung daß in der fuchsweide viel ärgere sünder ungeschoren ihr wesen trieben mach dir keine sorge sagte sie zu max der ferrero hat ganz andere sachen hinter sich und der pfeffer was der für eine wirtschaft hatte ich weiß doch ich war doch soubrette bei ihm die reine haremsagentur nach konstantinopel das sind ja falschspieler alle durch die bank seine lehrmädels müssen mit den metzgerburschen anbändeln damit er das fleisch gratis hat das sag ich dir wenn wir reinfallen die ganze fuchsweide lasse ich hochgehen behaupten musste man sich respekt und vertrauen einflößen zu hause und im ensemble dann würde man vor gericht schon sehen und jenny legte sich einen bluff zurecht der zunächst das vertrauen der zirkusartisten wieder gewinnen sollte und der auch seine wirkung nicht verfehlte kinder verkündigte sie eines tages in der garderobe nächstens gibt's eine ganz mein alter spendiert eine ganz das wirkte wie eine brandbombe eine ganz fuhren lydia und raffaella zugleich auf ihren stühlen herum als hätten sie nicht recht gehört ja eine ganz versetzte jenny mit zier und äußerster delikatesse eine ganz und sie unterstrich den in aussicht stehenden braten indem sie mit beiden emporgehobenen händen durch zusammenründen von daumen und zeigefinger engelsflügel in der luft bildete pikfeine sache o das gänsefett das kastanienfülsel o die knusprigen schlegel und die brust und die gänseleberpastete jenny wußte die vorzüge der vorläufig noch in ihrem heimatort weidenden gans so jesuitisch ins licht zu setzen daß lydia die gerade die tränenbenetzte fotografie ihres emil am rechten schenkel der übereinandergeschlagenen beine abgewischt hatte den arm sinken ließ und träumerisch verzückt an jenny's augen hing nein jenny sag wirklich gibt's eine ganz werdet schon sehen tat jenny geheimnisvoll da konnte man denn so recht sehen wie solche bravourstücke einer aufs ganze gerichteten erfindungsgabe niemals ihre gute wirkung verfehlten gebändigt waren lydia und raffaella mit einem schlage um den finger konnte man sie wickeln pünktlich wurden sie wie normaluhren zahm wie tauben ja der ruf von flamettis solvenz verbreitete sich im handumdrehen wie sind sie eigentlich zufrieden mit ihrem engagement o danke sehr gut verpflegung vorzüglich alle drei tage geflügel das geschäft geht famos heute ausnahmsweise schlechtes haus aber sonst glänzend so und ähnlich sprach man im krokodil und in der umgebung des künstlertischs ja donna maria josepha alias frau scheideisen und herr faroli erfuhren von der gans na steht's doch nicht schlecht mit dem armen flametti meinte herr faroli wenn er sich noch geflügel leisten kann kinder der hat gewiß geld auf der kasse war ja ein bombengeschäft damals die indianer und eines tags kam sie denn auch wirklich die gans aus rappers will weiß ohne kopf klauen und federn lag sie auf einer schüssel sehen sie mal laura schöne gans was aber die kriegen nichts davon deutete jenny gegen die treppe über die lydia und raffaella kommen mußten die sollen sich mal trompieren und die schöne gans die fette gans die riesen gans wurde gebraten und lag nun hübsch gebräunt und knusprig förmlich zerblätternd vor knusprigkeit auf derselben schüssel verschlossen im buffet laura sagte jenny abermals glauben sie die kriegen was davon und zeigte wiederum zur treppe nicht das schwarze unterm nagel geben sie acht was die für gesichter machen werden das wird ein feds jawohl ganz husten werd ich ihnen was als aber raffaella und lydia kamen öffnete jenny das buffet wie wenn man das triptychon eines altars öffnet seht her sagte sie die herrliche gans und sie nahm die schüssel aus dem schrank und hob sie hoch wie salome die schüssel mit dem haupt des johanan hoch hob und raffaella schrie auf äh die gans fanatisiert und rabiat warf sie die beiden arme hoch auf die schüssel zustürzend und sie umtanzend lydia aber überkam es wie verklärung in den nächsten besten stuhl sank sie die schöne gans hauchte sie ganz versunken und verträumt mit gefalteten händen und gottergebenen augen wann wird sie gegessen und ihr unterkiefer bebberte gierig und erregt wie einer katze das maul zittert wenn sie den kanarienvogel sieht jenny weidete sich an der qual der opfer mit der einen freien hand hielt sie sich raffaella vom leib die alle anstalten machte in den besitz der gans zu kommen wann wird sie gegessen wann wird sie verzehrt wann wird sie verspeist rief nun auch raffaella lydia saß noch immer mit funkelnd hingegebenen augen und jenny amüsiert grausam pervers vielleicht morgen vielleicht übermorgen vielleicht schon heute nacht je nachdem wieso heute nacht dehnte raffaella betroffen nun sagte jenny ganz grand dame vielleicht kommen ein paar freunde von mir und meinem mann und wir feiern einen kleinen abschied ey rief raffaella wir kommen auch wir kommen auch aber lydia war schon wieder sentimental geworden emils gedachte sie beim anblick der gans dieses wahrzeichens von kultur und wohlstand dieses inbegriffs aller heimischen geborgenheit und ehelichen einfalt ihres fernen emils gedachte sie und glücklicherer vergangener zeiten salzige tränen rannen ihr über die schlaff geweinten wangen gelang es jenny auf diese weise den am verfall sich mästenden zynismus der beiden scheiteisen zu knebeln so sah sie doch ein dass damit nur die hälfte der arbeit geleistet war gefährlicher drohten die stilleren elemente des ensembles herr meyer dieser idealist dem es nicht passte daß flamettis flagge auf halbmast wehte der sich ganz persönlich betroffen fühlte von flamettis fehltritt und seinem verzicht auf ein erstklassiges renommee freulein laura die gewiß an dem meyer schürte weil es sie juckte selbst die direktorin zu spielen an der kasse zu sitzen und das geld einzuheimsen statt mit der kassiermuschel durch das lokal zu tippeln jenny entging nicht die heimliche verschwörung die man im krokodilen geschmiedet hatte freilich musste der meyer sich einbilden er könne so gut wie flametti ein varieté aufmachen was war leichter als das freilich glaubte diese laura sie kenne den verstuhlensten geschäftskniff weil es ihr gelungen war jenny den seidel und sohn auszuspannen aber sie sollten sich verrechnet haben bis hierher und nicht weiter sagte sich jenny wenn sie weggehen sind wir pleite max dieser gutmütige taps merkt ja nichts wenn sie jenny nur ein wort gegen diesen meyer sagte fuhr er sie an wie ein böses tier auf den meyer ließ er nichts kommen sorgfältig ging jenny zu werk zunächst kaufte sie sich den engel nachdem sie ihm verschiedentlich zigaretten und biermarken zugesteckt hatte fragte sie ihn eines abends geradezu du engel sag mal was ist das eigentlich mit dem ensemble das der meyer vorhat brauchst dich nicht zu genieren kannst es frei heraus sagen engel wurde sehr verlegen was weiß ich von einem ensemble stotterte er da weiß ich nichts von und harmlos das apachenstück haben wir zusammen geschrieben herr meyer und ich mach mir nichts vor unterbrach jenny ihn streng das haben wir nicht verdient um dich daß du uns jetzt so kommst du wirst dich wohl erinnern was du uns alles verdankst immer ist man dagewesen für dich nichts hat man auf dich kommen lassen du wirst dich wohl erinnern wie du zu uns kamst abgerissen und ausgehungert du wirst wohl wissen daß max dich in der hand hat brauchst bloß an die annie zu denken na davon spricht man nicht engel wurde noch verlegener die szene war peinlich er rückte den stuhl hin und her den er oben an der lehne gefasst hielt ließ ihn tanzen auf dem einen hinterbein jenny sagte er mit dem ratlosen achselzucken eines gealterten barons den die leidenschaftlichen regungen einer früheren geliebten bis in die retirade seines landschlöschens verfolgen jenny ich kann nicht ich weiß nicht ich hab dir nichts zu sagen ich weiß nicht was ich dir sagen soll doch sich erinnernd ja gewisses war wohl die rede davon er räusperte sich ja ganz richtig aber du weißt doch bescheid du kennst doch den meier bißchen als aber jenny kurz abschnitt na schon gut laß nur dann nahm er das für ein zeichen ihrer gekränkten mädchenwürde und bemühte sich zart abzuschließen mir könnte es ja gleich sein was hab ich davon ich hab ja abgedankt mir ist alles gleich gut gut sagte jenny streng dich nicht an ich weiß schon bescheid lena sagte jenny zu der früheren pianistin als die einmal wieder zu besuch kam du kommst gerade recht jeden moment kann die soubrette kommen die wollen doch weg von uns der meier will eine eigene truppe machen du sollst mal sehen wie ich die ins gebet nehme wollte dir nur sagen dienerte lena daß ich die zwei unterschriften mitgebracht habe schon besorgt hier ist die eine von meinem mann hier die andere von dem leihenvogel sie entfaltete zwei papiere breitete sie auf den tisch plättete sie mit der hand und sah jenny aus fallsüchtigen fanatikeraugen abwartend an lass mal sehen sagte jenny sie las gut gut hast du gut gemacht sollst du nicht umsonst getan haben komm trink ne tasse kaffee und sie goss kaffee ein es klopfte herein trat die soubrette tag laura sagte jenny tag fräulein sagte lena versteckt laura trug eine schwarze bolerojacke aus samt geschenk ihrer russischen freundin und eine grüne strickmütze von der ihr kurzgeschnittenes struppiges blondhaar vorteilhaft abstach sie wollte einkäufe machen meier treffen und für jenny verschiedenes mitbesorgen die beiden weiber musterten sie nicht ohne schadenfreude und neid setzen sie sich laura trinken sie doch ne tasse kaffee mit fräulein laura wurde ein wenig ängstlich eigentlich habe ich eile meinte sie na setzen sie sich nur sprach jenny ihr zu behalten sie ihr jackett nur an fräulein laura setzte sich und jenny beeilte sich einzugießen wir sprachen gerade von unserem prozess begann jenny sie wusste dass es zunächst darauf ankam der soubrette das heikle der situation flamettis auszureden ja wir haben gerade vom prozeß gesprochen jetzt ist es aus mit der güssi aus mit der traute jetzt können sie einpacken die beiden sehen sie her da haben sie's schwarz auf weiß und sie zeigte fräulein laura die beiden papiere die lena mitgebracht hatte lena lächelte die soubrette nahm einen schluck kaffee schob ihre mütze ein wenig zurück und las aber dann lächelte auch sie nicht unhöflich nur etwas ironisch und gab die papiere zurück glauben sie daß das etwas nützen wird fragte sie maliziös die wahrheit der hier verbrieften aussagen ging ihr nicht ohne weiteres ein auch schien sie zweifel zu leiden am notariellen kredit der unterschriebenen persönlichkeiten lenas gemahl war eben aus dem gefängnis entlassen wo er für einen wellblechdiebstahl zwei monate aufenthalt hatte der andere herr leinenvogel war laura nicht bekannt aber eben deshalb wohl eine noch zweifelhaftere notabilität die beiden herren versicherten an eides statt die liebe der beiden lehrmädchen güssi und traute zu der und der zeit zu mehreren malen besessen und käuflich erworben zu haben jenny riß der soubrette die beiden papiere aus der hand faltete sie zusammen und lächelte ob das wirken wird ob das nützt da hat man's ja schwarz auf weiß was das für dämchen waren und außerdem fechte ich ihre glaubwürdigkeit an der soubrette gab's einen ruck doch sie besann sich und parierte mit einem mitleidigen achselzucken lena war sichtlich überrascht was heißt anfechten nahm die soubrette jetzt offen die partei ihrer kolleginnen so schrie jenny aufgebracht durch die offensichtliche renitenz ich habe die beweise und mit ausgestrecktem arm in eine vage richtung zeigend die eine hat einen mein eid geleistet kann ich beweisen in meiner eigenen stube die andere hat eine ganze wachtstube von schutzleuten denen sie rippchen brachte damals war sie noch kellnerin ins krankenhaus gebracht und drei jahre arbeitshaus dafür abgesessen und da sie merkte das seien unwahrscheinliche dinge so fügte sie bei von rechts wegen hätte sie gar nicht auftreten dürfen aber was tut man nicht sie machte eine pause um luft zu schnappen und die wirkung abzuwarten lena lächelte ein lachen das etwas besagte siehst du wohl nimm dich in acht die sollen mir nur kommen fuhr jenny gefährlich fort die sollen was erleben die haben's nötig zur polizei zu laufen von wegen unbescholtenheit von wegen mißhandlung sie war wütend all ihr bemühen all ihre plausiblen gründe verfingen nicht ein neuer beweis dass komplotte geschmiedet waren der soubrette schien es durchaus gleichgültig ob flametti seinen prozess verlor oder gewann ja sie schien bei jenny's heftigen argumenten nur noch entschiedener abzurücken unerhört und als fräulein laura jetzt mit einem energischen ruck ihren kaffee austrank und sich zu gehen anschickte da fühlte jenny nicht nur dass der anschlag missglückt war sondern dass jetzt alles auf dem spiele stand sie hatte dieser person in fünf minuten das ganze system ihrer verteidigung aufgedeckt da es ihr nicht gelungen war sie zu gewinnen so konnte die sache gefährlich werden der stärkste trumpf musste heran nichts durfte unversucht bleiben die neue truppe zu verhindern der offene verrat an flametti musste die letzten freunde noch gegen ihn bringen alle außenstehenden überzeugen das war gleichbedeutend mit dem ruin wissen sie laura begann jenny von neuem bleiben sie doch noch nen moment wissen sie schließlich ist's ja egal ob wir den prozess gewinnen oder verlieren da bleiben noch allerhand möglichkeiten wir brauchten uns nur zum beispiel pässe zu verschaffen nach deutschland und die indianer für großes varieté zu bearbeiten es ist ja borniert von uns hier zu sitzen mit einem solchen schlager deutschland wär wie geschaffen dafür säcke voll geld könnten wir machen aber das will mein mann nicht im schlimmsten fall und wenn alle stricke reißen wird er ein paar tage eingesperrt aber dann sollen sie mich mal kennenlernen und sie tippte so erregt mit dem zeigefinger auf den tisch daß die tassen wackelten dann sollen sie mal sehen wer ich bin laura stand unwillkürlich auf und zog sich vor ihrem stuhle stehend ein wenig zurück gegen den spiegelschrank soll das eine drohung sein fragte sie nervös und ihre unterstrichenen wimpern flogen sie brauchen gar nicht so vornehm zu tun rief jenny mit einer handbewegung die die zweideutigkeit der soubrette sehr unzweideutig beschrieb ich weiß bescheid ich verstehe was man mir gackst bin nicht auf den kopf gefallen eine warme tasse kaffee im leib da gacksen sie alle von wegen spionage sie werden sich wohl erinnern wie sie hier ankamen mit diesem meyer daß sie dabei nicht ganz sauber waren haben sie selbst gesagt man renommiert nicht mit solchen dingen da wird schon was wahres hinter gewesen sein und von wegen serge femme laufen man kennt das das läßt sich konstatieren unverschämtheit schrie die soubrette das ist eine maßlose dreistigkeit was unterstehen sie sich sie stand jetzt knapp vor dem spiegelschrank der ihre erscheinung in merkwürdiger weise verdoppelte ihr blondes haar zischte ihr schmaler körper krümmte sich vor ekel und abscheu sie haben gar nicht nötig sich aufzuregen man weiß bescheid über sie auch über ihren meyer lassen sie nur gut sein jenny reg dich doch nicht auf beruhigte lena wir haben sie ja in der hand wir wissen ja bescheid was wollen sie von mir was können sie mir nachsagen schluckte die soubrette nun ihr herr meyer erinnern sie sich mal wo haben sie denn gewohnt bevor sie zu flametti kamen laura erinnerte sich wohl sie wurde merklich blass und zitterte was geht sie das an rief sie und fuhr sich mit der hand an den kopf oh nichts mich geht das nichts an aber die polizei vielleicht sie werden nicht vergessen haben womit sie damals ihr brot verdienten und was ihr herr meyer dabei für eine rolle spielte ich reiße ihnen die haare aus sie miststück schrie die soubrette packte jene lena am kragen und zerrte sie hin und her jenny löste die beiden damen na sagte sie abschließend sie wissen bescheid sie können sich ja nun überlegen was ihnen lieber ist wir zwingen sie nicht es steht ganz bei ihnen sie brauchen mir auch keine kommissionen zu besorgen danke schön tun sie nur was sie nicht lassen können gehen sie zur druckerei assistierte lena lassen sie ihre plakate drucken wir wissen schon daß sie plakate bestellt haben man hat nicht umsonst seine freunde plakate bestellt fragte jenny die davon nicht einmal wußte so so na das muß ich doch max erzählen adieu rief laura ich habe nichts mehr zu sagen und damit schlug sie die türe zu alles nichts sagte herr meyer als laura ihn traf im lohengrin wir müssen heraus aus dem pfuhl kann alles nichts helfen wir haben sie ja in der hand sie hat sich ja selbst verraten du brauchst dich nicht aufzuregen was kann sie wissen von uns und sie begaben sich selbander zur druckerei um nach dem preis beschlossener plakate zu fragen an der ecke aber beim rudolf mossehaus kamen ihnen entgegen güssi und traute sehr frisch sehr wirsch und vertraut mit roten backen in roten und braunen strickjacketts ah laura ah der herr meyer riefen sie schon von weitem wie geht's wie steht's könnt ihr uns nicht brauchen wir haben gehört ihr macht eine truppe wo denkt ihr hin eine truppe warf laura weit weg keine spur bekräftigte meyer fesch seht ihr aus geht euch gut was o meinte traute quick und bezüglich uns geht es gut und sie strich sich in der gewohnten weise den busen herunter wir finden schon was wir brauchen na das ist recht meinte herr meyer praktisch und fräulein güssi versuchte mit schweren augen sich in ihn versenkend seine hand zu erreichen na und was macht der prozess o schnalzte traute er wird schon sehen flametti was er angestellt hat er wird's schon erfahren und sie auch diese verbrecher gustel denen wird man das handwerk legen mehr schien sie für jetzt nicht sagen zu wollen denn sie schwenkte sogleich über was macht denn der bobby netter kerl war er doch wie er sich ärgerte dass ich's mit dem flametti hatte immer wollte er geld von mir haben und ich hatte doch selbst keins o er hat sich getröstet meinte laura fünf andere seitdem herr meyer wurde unruhig na adieu sagte laura wir haben's eilig adieu adieu riefen die mädels frisch man hatte sich schon ein wenig entfernt voneinander aber die handfräulein güssis ruhte noch immer in der des herrn meyer ihr langer arm glich einer rosengirlande die sich am kleid verhakt wenn man vorübergeht ende von abschnitt sechzehn gelesen von eva k